Was geht ihr, Salatpflückenden Zweibeiner? So, mit Beute, meine Klaren Bastards, und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir eine Tierlist von den besten Fortnite-Skins. Beziehungsweise von den Fortnite-Skins, die ich ausgesucht habe. Freunde, dieses Video, Achtung, darf ich hier ein Warning haben, ein fettes, danke, Jamil. Dieses Video ist meine eigene Meinung. Wenn ihr diese Meinung nicht akzeptiert, dann ist es halt so. Aber, Freunde, das ist meine Meinung. Und genießt einfach die Show, ihr wisst Bescheid, Freunde. Und was noch nicht fehlen darf, Freunde, erstmal einen kurzen Schluck Glasemi, äh, Glasemo. Und bevor es natürlich anfängt, wollte ich nochmal ganz kurz sagen, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Und natürlich auch Kommentare zu schreiben, die mich natürlich auch immer wieder motivieren. Deswegen lasst dann auch natürlich auch noch einen Like da. Junge, ich kann nicht mehr reden. Ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video, Freunde, und let's go. So, wir haben hier eine Tierlist von Liebe, krankarm, cool, gut, aber nur ein bisschen, naja, ich kotze loo und Müll. So, Freunde, wir fangen an mit dem Ice-Skin und ich sag euch ehrlich, ich fand den früher krank. Mittlerweile finde ich ihn, naja. Weiter geht's. Wir haben Forti, den kleinen Pisschen, Forti, Digga. Warte mal, Forti, Forti. Arm and an Jackson, Digga, was laberst du, Junge? Mach mich sofort in Liebe, Arm and an Jackson, sonst gibt's Stich in deinem Herz. Okay, Freunde, ihr habt's gehört, wir müssen Forti in Liebe machen. Forti ist einfach ein krasser Skin und easy, Mann. Und dann, Freunde, es geht weiter mit den zwei nächsten Skins. Und zwar haben wir hier einmal den Astronauten von früher. Und mein Skin, Freunde, mein Skin ist einfach krank. Aber ich sag euch ehrlich, Astronauten-Skin von damals, Will, es ist einfach nur Schrott. Es ist so Schrott, aber mein Skin, Freunde, es war der beste und schönste Skin und ist immer noch. Und ich sag, Liebe, Alter, hoch damit, Junge, hoch damit, Digga. Wer bist du, wer? Ich muss mal sagen, wir gehen weiter mit dem nächsten Skin. Der nächste Skin ist Officer Chikne. Und Officer Chikne, ich sag euch ehrlich, Officer Chikne ist Officer Chikne, wisst ihr, was ich meine? Gut, aber nur ein bisschen, würde ich sagen. Gut, aber nur ein bisschen. Feiere ich jetzt nicht so hart, ist stark und halt dein Maul. Genau, Freunde, kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar den Burak-Skin. Das Ding ist... Okay, 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 okay. Okay, Leute, bevor uns Burak hier jetzt schlägt, müssen wir den in Liebe reinmachen, weil sonst verprügelt er uns. Die Fußballerin, ne? Das ist der absolute Schwitz. Weißt du, der Fußballer ist okay, weil Burak sein ist. Verstehen wir. Aber, Digga, diese Tuss hier, Bro, sie ist einfach nur Chap. Jeder zweite Schütze hat sie in Argentinien-Trikot oder so, Digga. Deswegen... Müll. Ich würde sogar hier sogar einen Anfang machen, das näher am Müll ist. Scheiß, Digga. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Disco-Stool. Let's party. Rock in the building. Okay, Entschuldigung. Finde ich cool. Finde ich cool. Ist ein nicer Skin. Der glitzert, aber so... Ist halt nur so Standard. Cool, ne? Zum Arrive-Skin. Kommen wir zum Galaxy-Skin. Freunde, der Galaxy-Skin. Ich sag euch ehrlich. Es folgt einfach nur meiner Maus. Der geht hier... Und dann geht der hier... Und hier... Und direkt hierhin. Das fragt ihr euch sicherlich. Hey, Otoman! Äh, warum hast du den besten Skin aller Zeiten in Müll gemacht? Du, mein lieber Zuschauer hinter der Kamera. Und du, kleiner Keck. Da dieser Skin einfach nur Pay-to-Win ist, ne? Also, nicht mal Pay-to-Win. Er ist nur zu Pay-to-Play, Digga. Freunde, dafür musstest du dir ein fucking Handy kaufen, damit du dieses... Dieses Skin bekommst. Deswegen direkt in die Mülltonne. Kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar zu den Bauern von Kid-Mave. Freunde, das ist der Kid-Mave-Skin. Und ich sag euch ehrlich. Der Kid-Mave-Skin ist lustig, aber nur, weil er eine Ente auf dem Kopf hat. Falls ihr den Skin kennt. Ehre. Ich würde mal sagen, packen wir zu... Krank ist er nicht. Ich würde ihn zu cool packen. Ich würde ihn zu cool packen. Jungs, was laberst du, Digga? Mein Skin ist der Beste, du kleiner Hund. Tu den jetzt sofort in die Liebe rein, sonst kriegst du einen... Klasmo-Fleisch in deinem Po. Okay, Digga, warum seid ihr alle so aggressiv, Digga, Mann? Okay, Freunde, da wir das auch geklärt haben mit Kid-Mave, würde ich mal sagen, kommen wir zum Ghoul-Trooper. Und ich sag euch ehrlich, Ghoul-Trooper wollte ich früher immer haben. Auch für infiziert und sonst irgendwas. Deswegen finde ich Ghoul-Trooper krank, weil ich habe auch Brainiac. Also so die männliche Form. Feiere ich auch stark. Liebe ich den Skin. Nice. Freunde, kommen wir zu der nächsten. Und zwar zu dieser wunderschönen Banane. A.K.A. Snutzki. A.K.A. Brexik. A.K.A. Banananananananananana. A.K.A. Freunde, checkt den Song out von Schmocky. Ich küsse ein Herz. Liebe, ne? Also die Banane, wenn die nicht liebt, es muss geht raus an Schmocky. Kuss. Kuss, kuss, kuss. Okay, Freunde. Jetzt. Der underratedste Skin, den es gibt, der auch ewig nicht im Shop war, glaube ich. Der auch ein bisschen iconic geworden ist für mich persönlich. Ist diese Luftmatratze. Digga, es ist einfach eine Luftmatratze. Stellt euch vor, hier ist eine Luftmatratze. Und stellt euch vor, da kommt ein Pisser wie ich und setzt sich auf die Luftmatratze. Das ist der Skin, Freunde. Deswegen, boom. Krankarm. Ist er krankarm. Bleiben wir zum nächsten Skin. Freunde, wir haben den Lama reitenden Pendejo. Den finde ich, damals war er hier. Mittlerweile finde ich den, naja. Ist so, naja. Ich kotze, gibt es noch nicht. Es kommt vielleicht noch, weil ich kotze. Aber ich finde den, naja. Okay, kommen wir zu dem nächsten Mörder-Skin, Freunde. Und zwar, ich habe auch ein paar Mörder-Skins da. Und zwar diesen Killer-Clown. Freunde, für Mörder-Fundnails oder sonst irgendwas zum Mörder-Skin. Es ist der geilste Skin ever. Und ich bin so, so traurig, dass ich mir diesen Skin damals nicht gekauft habe. Deswegen, cool. Ne, ich meine, sorry. Krank. Kranker Skin, feiere ich. Hat zwei Optics, glaube ich. Und ja. Kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar zum Fake-Naruto. Naruto Uzumaki. Rasengan in dein... Like-Button. Ja, habe ich gut noch gerettet, Chat. Chat, ich meine, meine lieben Freunde. Ich würde mal sagen, Naruto, naja, gut, nur ein bisschen. Ich kotze Müll. Ich würde sagen, gut, aber nur ein bisschen. Gut, aber nur ein bisschen, weil das ist so... So, mäh. Freunde, dann kommen wir zum nächsten Skin und zwar zum It's Asi-TV-Skin. Und It's Asi-TV-Skin, der hat... Der war früher krank. Der war früher krank. Ich sage euch ehrlich, der war früher krank. Aber, da der noch eine Optik bekommen hat, beziehungsweise mehrere Optik bekommen hat, fand ich den nicht mehr so nice. Deswegen würde ich sagen, cool. Ist ein stabiler Skin, feiere ich. Ist ein cooler Skin. Kommen wir weiter zu der kleinen Prinzessin. Die Prinzessin. Ich feiere die, damit kann man viel machen. Ich feiere die, aber sie ist nicht so krass. Deswegen würde ich sagen, ich kotze so ein bisschen. Da weiß ich, wie ich meinen, so nicht böse gemeint für die, die den Skin spielen, aber ich weiß. Ich glaube, der hat auch damals übel viel gekostet. Kommen wir zum nächsten Skin und zwar dem House Bunny, den Bugs Bunny. Den spiele ich auch manchmal. Und seitdem, Freunde, der seine schwarze Optik bekommen hat. Mua! Mua! Ah, krank, krank, feiere ich. Geiler Skin, Hammer, spiele ich sehr oft, feiere ich. Kommen wir zum nächsten und zwar zum Stoi-Ko-Skin, der Penner-Skin. Freunde, dieser Skin ist bei uns einfach ein Meme geworden, weil Stoico einfach den Skin genommen hat und der Skin sieht aus wie ein Penner. Deswegen würde ich sagen, mua, das ist schwierig. Aber das ist Stoico, eigentlich müssen wir den auch hochpacken, Digga, weil er zum Crew gehört. Let's go hoch damit. Ist ein Penner-Skin, ist Stoico, ist der Penner. Ihr wisst Bescheid. Grüße gehen raus an Stoico, Digga. Kommen wir zum nächsten, dieser Kaktus-Skin und dieser Kaktus-Skin, ich sag euch ehrlich, früher war der top. Früher war der top. Mittlerweile ist er, ich kotze, ich kotze komplett ab. Den kannst du nicht mehr gebrauchen. Wo? Wo willst du den gebrauchen? Du kannst dich nicht mal damit verstecken, in irgendeinem Busch oder so. Richtig chirp, weg damit. Nächster Skin, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Racken, Racken-Skin, glaube ich. Und der war ja OG. Und dann bringt Fortnite ihn rein und dann dachten sich alle, wow. Und ich dachte mir nur einfach, ich weiß, für diese Handlung werden viele von euch gleich, äh, haten. Freunde, ich feiere ihn einfach nicht. Ich finde ihn einfach nicht cool. Egal, nächste OG-Skin, Freunde. Skull Trooper. Früher, hier oben, top ranked, top tier, top. Wenn du ihn in lila hast, ist er hier. Wenn du ihn nicht in lila hast, würde ich ihn cool machen. Früher war der krank. Wenn du ihn in lila hast, safe bei Liebe. Aber so ist es schwierig. Freunde, kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar zu Frau Chaya. Und falls ihr noch Superhelden-Academy kennt. Und falls ihr mal nochmal eine Folge wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und lasst mal einen Like-Button da, damit ich sehe, oh, Freunde wollen das. Deswegen Frau Chaya, ich sag euch ehrlich, Liebe. Hoch da, rein in die Luzi, rein da. Und dann geht es weiter mit den nächsten Weihnachts-Skins. Und zwar mit den beiden hier. Und zwar mit dem Alcrimex-Skin und der Alcrimex-Dame. Ich sag euch ehrlich, die Dame ist Müll. Und der Skin ist cool. Ich finde den nice. Den männlichen finde ich nice. Die weibliche ist, finde ich, wieder so ein bisschen für Schwitzer. Weißt du, ich meine, viele Schwitzer haben den weiblichen genommen. Deswegen war der mir nicht mehr attraktiv. Aber der männliche Lebkuchenmann ist wild. Kommen wir zum nächsten Skin. Den, glaube ich, auch nicht so viele kennen. Den ich mir aber gekauft habe, weil ich den gefeiert habe. Ist dieser Soldat. Und mit dem haben wir immer Military Death Runs gespielt, Freunde. Dieser Skin, gut, aber nur ein bisschen. Ist nichts Besonderes. Ist einfach so ein Militärtyp. Und genau. So, Freunde. Kommen wir jetzt wieder zu einem OG-Skin. Beziehungsweise zu... Ja, doch. Ein OG-Skin und einen nachgemachten Skin. Zu den John Wicks. Genau, ich habe Wicks gesagt. Ich sage euch ehrlich. Der alte John Wick. Wenn ihr den habt, bravissimo. Direkt da hoch. Direkt. Ich habe ihn. Zum Glück. Aber so einer wie KidMap hat ihn nicht. Und der hat den hier. Und wisst ihr, was der hier ist? Er ist zwar John Wick, aber er ist der Fake. Deswegen kommst du. Warte, für den müssen wir eine eigene Rubrik machen. Machen wir hier nochmal ein neues hin, Freunde. Machen wir hier. Fake. Du Hund. Da kommt der hin. Ekelhaft. Feier ich gar nicht. So, nächster. Mit dem Iconic Skin. Ich sage euch ehrlich. Ich finde den... Früher fand ich den cool. Mittlerweile. Ich überlege. Ich kotze slow oder naja. Ich würde ihn in naja reinpacken. Er ist schon nice. Er sieht auch krass aus. Aber ich finde den jetzt nicht so krass. Kommen wir zu dem nächsten Skin. Mit diesem hier. Und zwar. Das war der frühere KidMap Skin. Wo sich Bruder und KidMap bestreitet haben. Deswegen. Weil ich streite nicht mag. Kommt der bei. Ah, wobei. Er sieht aber nice aus. Und hat einen geilen Baseball-Hack. Deswegen würde ich sagen. Gut, aber nur ein bisschen. Gut, aber nur ein bisschen. Ist stark. Kommen wir zum nächsten Skin. Und zwar diesen Hundeskin. Und ich feiere diesen Hundeskin. Weil er einfach ein Hund ist. Deswegen. Dann würde ich sagen. Geht's weiter. Den Hund haben wir bei cool reingemacht. Dann geht's weiter mit diesem Perser Skin. Und das ist Prince of Persia. Ich habe früher Prince of Persia gefeiert. Und habe ihn mir auch gekauft. Und wir haben sogar eine Mörderfolge mit diesem Skin gemacht. Feiere ich. Finde ich cool. Finde ich cool. Finde ich nice. Er hat so eine Maske und so. Ist stabil. Wollen wir zu dem. Ich finde. Andere KidMap Skin. Und ich sage euch ehrlich. Ich kotze. Wenn ich dieses Skin sehe. Sehe ich KidMap Sein Gesicht vor mir. Können wir hier. Hier. Charmin. Können wir hier mal sein Gesicht hin machen. Schaut ihn. Schaut ihn euch an. Hier. Genau das. Habe ich in meinem Kopf. Jeden Tag. Wenn ich diesen Skin sehe. Deswegen. Ich kotze. Weiter geht's. Mit dem Teenie Skin. Und zwar. Freunde. Der. Ich sage euch ehrlich. Top Tier. Top Tier. Er ist underrated. Er kann sich zu einem fucking Wolf verwandeln. Bro. Weißt du was ein Wolf ist? Er ist einfach ein Hund. Nur in größer. Krank. Hier Freunde. Da das Video sonst viel zu lange geht. Würde ich sagen. Machen wir jetzt die letzten drei hier. Und zwar. Diesen Einbrecher Skin. Wollte ich früher immer haben. Habe ich mir auch gekauft. Für Aufnahmen. Und für irgendwelche Bankraub Modus. Oder sonst irgendwas. Da ist neuer Stil rausgekommen. So Bienen mäßig. Feier ich. Finde ich nice. Kommen wir zum Jonesy Skin. MBK Skin. Sage ich euch ehrlich. Battle Pass Skins sind nicht so immer nice. Wobei Pili und mein Skin oben drin sind. Würde den Penner in. Gut aber nur ein bisschen rein machen. Und diesen Zwerg. Freunde. Diesen Zwerg. Ich bereue es. Um mein ganzes Leben mit diesem Zwerg nicht gekauft zu haben. Freunde. Dieser Zwerg ist einfach. Er ist der wunderschönste Skin den es gibt. Freunde. Mit dieser Tierlist. Freunde. Würde ich euch sagen. Das beende ich jetzt mit dem Video. Sonst haben wir hier. Ihr seht es. Hier sind tausende Skins. Die können wir nicht alle in einem Video nehmen. Und falls ihr nochmal so ein Video wollt. Wo wir andere Skins machen. Oder vielleicht auch mit jemand anderes. Der dabei ist. Schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Zeig es mir mit einem Like nach oben. Und ich muss mal sagen. Wenn es dir das Video gefallen hat. Dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Zucuk mit Salami Wurst. Ketchup mit Mayonnaise. Deine Mutter mit Senf. Ketchup mit